Musik Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Boom Beach Und ihr seht schon, unser Dorf baut sich noch ein bisschen auf, das wurde nämlich angegriffen Aber das macht uns alles nix Wir hatten ja eh Gold ohne Ende Und jetzt ist unser Lager auch schon fast wieder voll Und wir sind ja immer noch dabei auf Auf die, auf das Hauptquartier zu sparen Aber das müssen wir jetzt mal schauen, inwieweit das kloppen wird Das dürfte natürlich nicht so oft angegriffen werden, das wäre viel besser So, erstmal die Belohnung abholen, weil wir müssen ja auf jeden Fall Steine haben Oder wir müssen gucken, ob wir das Steinenlager noch verbessern können Aber das geht glaube ich nicht, ne? Dafür brauchen wir Level 8 und hier ist das Steinenlager Und auch das geht es, Brathaus, beziehungsweise Hauptquartier Level 8 Ich muss mal kurz das Mikro noch ein bisschen abpassen Ja, das Problem ist eben, dass das Lager nur 10.000 Steine beinhalten kann Und wir, da, wieviel brauchen wir? 9.800 Das heißt, das Lager muss fast komplett voll sein Um das Hauptquartier abzugraden Das heißt, das ist gar nicht mal so einfach, weil das Lager halt echt nicht so groß ist Und von daher müssen wir dann mal schauen, wie das klappen wird Und deswegen müssen wir einfach mal dranbleiben Und schauen, ich sollte mir das vielleicht nicht so vor das Gesicht halten Und schauen, ob man nicht eventuell Bei der Ressourcenbasis, gibt es immer nur Holz, ne? 210 pro Stunde Ressourcenbasis von Gil-Galat Vielleicht können wir die ja wegsnacken Erkunden wir die mal Gucken, ob wir dir was holen können Ob da was zu holen ist Da sind ein paar Mörser Aber die macht Holz, ne? Ach, das bringt uns doch nichts Wir brauchen irgendwie Machen wir hier einen neuen Gegner Ressourcenbasis von Rip-Head Komm, Erkunde Erkundement Und dann gucken wir mal Oh, 30 Holz, ne? Das lohnt sich auf jeden Fall nicht Was können wir denn sonst noch machen? Wir könnten mal schauen Deine Ressourcenbasis, Heimatbasis, Schatzinsel Schatztruhe, die wir noch wechseln können Schatzinsel, wie sieht denn die aus? Erkunden Beutet 250 Steine Das bringt uns auch alles nicht weiter Wir müssen noch mal ein bisschen mehr kriegen können Das kann doch nicht so schwer sein Das ist zu hoch Ja, machen wir neu Dynamox Ich muss ja mal gucken Ich gucke zu wenig aufs Bildschirm Auf dem Bildschirm am Laptop Ich müsste eigentlich mehr hier gucken Wie sieht es denn hier aus? Ein Flammenwerfer Ah, da oben ist ja so ein behinderter Raketenwerfer Den müsst ihr auf jeden Fall erst kaputt machen Aber für 2000 Bretter lohnt sich das doch alles nicht, ey Beziehungsweise Holz Wir brauchen Steine, Jungs Das nützt alles nichts Wackeliger Start Erkunden Kann doch alles nicht wahr sein 280 Steine Wollte ich mich verarschen, ey Kannst du nicht irgendwo mal was geben Wo man mal ein paar Steine gewinnen kann Das gibt's doch nicht 295 Das lohnt doch alles nicht Das lohnt doch alles nicht Echt, ey Was ist hier? General Ryan Erkunden 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 So 1000 Steine Das sieht doch schon besser aus Aber die Base ist glaube ich Eine Nummer zu groß für uns Was ist denn, wenn wir da mal einen neuen Gegner suchen Na ja gut Mit Level 21 Klar Gib uns noch höhere, bitte Das gibt's doch nicht, ey Verdammte Ach Gott, immer Hammermanns Hauptquartier Ne Gibt's keinen neuen Gegner Dinamux Erkunden Level 18 Könnte man außen rumlaufen Versuchen Hier so Zack 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 Direkt von hinten Ans Hauptquartier Können wir das mal testen Ja komm Das testen wir mal Ob das klappt Da ist ja jetzt die nächste Frage Aber Wir sollten auf jeden Fall Da mal ein bisschen Hier Zusehen Dass wir schon mal 2-3 Sachen zerstören Am besten noch den Mörser Schon mal antickern So Und dann müssen wir gucken Dass wir die Yogis hier Möglichst durchs Gebüsch Laufen lassen können Bevor das Ding ausgeht Sofort wieder Weiter 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 Nicht Erst da Oben Na Komm Ach ne Jetzt kann ich nicht mehr Nein Na gut Dann müssen sie mal schnell Ein bisschen aufräumen Alle weg Alle weg Alle weg Jetzt hab ich aber schon wieder Keine mehr Oh nein Der Mörser Ballert mich auch noch kaputt Hier das ist scheiße Das ist doch scheiße Jungs Aber eventuell muss ich jetzt gucken Dass ich die lähme Und ihn jetzt zerstöre in der Zeit Und dann nochmal genug bekomme Erstmal heilen Jetzt sind sie aber schon am Rathaus Zugang Scheiße man Scheiße man das muss doch mal klappen Das ist aber auch alles irgendwie bescheuert Ich weiß aber auch nicht Truppen wählen Das können die Das macht die denn Wir ändern das mal Aber davon wie viel Platz brauchen die denn Diese großen hier Größereinheit 4 Verbessern Was kann ich denn hier noch verbessern Ich kann das Boot auf jeden Fall noch Das Boot an sich kann ich noch verbessern Was können wir denn dann Kriegen wir eine Kapazität mehr Aber auch dafür brauchen wir Steine Das nützt uns also auch noch nicht So wirklich viel Was ist denn Wenn ich jetzt hier Kann ich jetzt nicht alle verbessern 10 Schützen Erfahrungslevel 20 Ja komm Nützt ja alles nichts Und dann machen wir nochmal hier Diamanten mäßig in einen Auf 23 Ja komm was soll's Einmal gönnen wir uns das noch Hier kommt wieder ein bisschen was an 1400 Steine Und was sammeln wir Steine Auf jeden Fall Steine Her damit 6000 ey Jetzt können wir ja schon ein bisschen Was auf jeden Fall machen Wir müssen noch ein bisschen was gewinnen Jungs Und wir dürfen nicht angegriffen werden Ich muss einfach zwischendurch Glaube ich mal online bleiben Die ganze Zeit Dann könnte das eventuell besser klappen In der Zwischenzeit mal eben Wir lassen das mal Okay das ist eh noch am verbessern Wir gucken mal wieder Wenn wir nicht hier noch irgendwas Machen können Natürliche Rohstoffe Entferne 50 Bäume Zerstöre 100 Basen Von Gegnern Siege Leutland Leutland Hammermann Ah ich hab ne Idee was wir noch machen können Und zwar Wo ist denn Oh der ist ja schon wieder weg Kollege Dr. Terror Das Update ist ja eigentlich War das das Update wahrscheinlich Wo der Dr. Terror Sich für da verpieselt hat Jetzt funktioniert das Wenn ich sie mal gescheit Hier bei mir zu Hause Geht das ja nicht Hackschnitzler Erdkunden Gucken wir da mal vorbei Was hier so geht Flammenwerfer Flammenwerfer Raketenwerfer Und ein bisschen Schutt Lohnt sich aber alles nicht Wir brauchen Steine Das gibt es nicht Bada bum Hatten wir auch schon 600 Steine Das ist aber eigentlich gut Aber ich glaube die ist zu Das muss doch machbar sein Ich weiß es nicht Wenn wir zwei Mörser wegkriegen Wir probieren es Was soll es Wir testen es einfach aus Ganz einfach So Dann setzen wir die hin Und nehmen die Und kassieren in der Zeit Schon mal die nächsten Punkte Und zerstören damit dann die Mörser Wenn das so klappt Wie ich mir das vorstelle Jetzt ist die Lähmung Aber auch schon wieder vorbei Gegebenenfalls müssen wir Dann jetzt nochmal zuschlagen Und die Leute Dann mal heilen Und gucken Dass wir dann die Mörser Kaputt kriegen Ich mach ein bisschen größer Heilt euch Heilt euch Und jetzt fickt den scheiß Mörser Dort da weg Das kann nicht so schwer sein Und nicht durch die Minen Laufen die Ochsen Ja lassen wir es beides mal machen Komm das klappt ganz gut Glaube ich Und jetzt das Rathaus Ganz in Ruhe Und ich heile euch nochmal Damit ihr auch nicht noch sterbt Dann sieht das doch ganz gut aus So da ist das Rathaus doch dahin Beziehungsweise das Hauptquartier Natürlich Und wir erhalten Immerhin 700 Steine Das ist ja nicht so schlecht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.